Willkommen zurück hier bei In-Games, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir sind immer noch dabei bei Super Mario 3D World, alle Level in der Welt 8 jetzt zu beenden. Ja, wir nehmen wieder am besten unser Unverwundbarkeits-Ding. Das Einzige, was ich gemerkt habe, wir kriegen dann kein Highscore, glaube ich, oder wird nicht gespeichert, irgendwie so. Aber das interessiert uns, glaube ich, eh nicht, der Highscore. Das ging gerade noch gut. Und ich muss in dieser Welt hier eigentlich auch nur noch eine Sache tun, nämlich die goldene Kanone, äh, die goldene Fahne zu bekommen. Ja, ich brauche hier gar nichts großartig machen. Einfach weiterlaufen. Ah, Moment, 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 jetzt bin ich doch falsch gelaufen. Wo bin ich denn jetzt? So. Oh, ich denke schon, ich springe schon wieder daneben. Dank dir, Mario. Und dann haben wir das jetzt zumindest hier geschafft. Ja, Level komplett abgeschlossen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Was haben wir hier? Ich denke mal, nur ein Stern wird da drin sein. Äh, Stempel. Stern. Noch eine Fee. So langsam dürfen wir die Hälfte an Stempel da haben. Danke. Jetzt geht es aber auf jeden Fall hier rein. Hier fehlt uns ja noch ein Stempel. Ja, Fackeln in der Winzenis ist mir klar. Ach so. Da, komm. Das ist sehr schön. Irgendwie klappt das jetzt gerade nicht mehr. So. Ich sammle jetzt keine Items mehr ein. Denn Wie euch sicher aufgefallen sein dürfte. So. Ähm. Will ich mein Blatt behalten, damit ich diesen Sprung am Ende beherrsche. Und selbst wenn ich hier was verliere, gibt es ja tausende genug Möglichkeiten. Naja. Den Stern kennen wir hier bereits. Den kennen wir auch. Da hinten muss ich jetzt gar nicht durchlaufen. Auch geschafft. Hier ist auch kein Stempel. Ich muss mal... Bist du wohl weg? Hm. Hier ist auch kein Stempel. Moment. Nein. Ach, 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 ach. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Ich hab was Tolles. Wieso glänzt deine Mütze so, Mario? Hast du die poliert? Du kriegst mich nicht, du komische Pflanze. Wo war das denn jetzt? Hier. Hier drüben? Jawoll. Stempel erhalten. Ich wollte hier eigentlich erstmal nur das andere machen, aber egal. Du wohl auf mich zu verfolgen. Ach, da war ich... Nein. Nein. Danke, Blume. Du hast hier mein Leben gerettet. Ja, hier sind wir richtig. Halt, Moment. Ach, nee. Das waren nur Münzen. Ich könnte nämlich noch was gebrauchen. Noch ein Item. Jawoll. Puh, dann haben wir es hier auch abgeschlossen. Dann müssen wir nur noch in die erste Welt gehen, das da auch noch abschließen. Und jetzt haben wir auch noch einen Stempel erhalten hier. Was bekommen wir denn für einen schönen Stempel? Hm. Starre Koopa-Dings da. So ein... Ich weiß gar nicht, wie die Gegner alle heißen. Die haben alle so Namen, aber die kenne ich gar nicht mehr. Mhm. Und dann einmal in die Slot-Maschine. Wobei ich glaube, Leben fehlt uns eigentlich nicht viel, oder? 51. Das passt doch. Blume. Jawoll. 200. Sehr schön. Ach ja, hier das mit den Hammerbrüdern. Oder Feuerbrüder waren das ja, nicht Hammerbrüder. Hier müssten wir... Ah ja, hier bekommen wir auch direkt eine Blume. Behalte dich. Jetzt habe ich dich. Hau doch nicht ab. Tada. Ich bin schneller wie du. Ich brauche auch hier nichts. Das ist mein Vorteil. Nein. Aua. Immer auf die Kleinen. Komm her. Hallo? Immer auf die Kleinen, habe ich gesagt. So, werden wir wenigstens wieder groß. Jetzt können wir auch mal hier unten lang gehen. Das haben wir ja letztes Mal nicht gemacht. So, hier wird wieder eine Blume oder so drin sein. So. Das hat auch wunderbar funktioniert. Dann nochmal hierdurch. Sieht so einen schönen Feuersee. Ich mag ja so ein blaues Feuer sehr gerne. Immer auf die Kleine. Jetzt habe ich dich. Juhu. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste doch noch auf ihn springen. Aber nein, das hat wunderbar funktioniert. Sehr schön. Finde ich auch. Level beendet. Dann haben wir mal eben in knapp 8 Minuten drei Level komplett beendet. Schwierende Slotmaschine. Ja, warum nicht? Wenn wir schon mal dabei sind. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Also wenn ich mal irgendwann den Dreh raus habe, dann habe ich ihn auch raus. Das hatte ich auch schon damals bei Mario Party mit den einarmigen Banditen. Da gab es auch sowas ähnliches. Hm, für geübte Spiele ist das wirklich so, dass man da kaum Schwierigkeiten hat mit den Leveln, äh, Leben. Okay, wir haben jetzt drei Level abgeschlossen. Es fehlen noch eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, vier reguläre, dann das Schloss und noch ein paar andere. Wird sicher nicht einfach werden. Moment, was haben wir hier? Hammer, Brüder! Ist euer viertes Versteck? Ich habe doch schon eure Basis gerade. Das vierte versteckte Feuer, Brüder. Schön. Aua. Äh, ihr killt euch gerade gegenseitig. Das ist euch klar, ne? Ja, ich habe zwar mein Blatt verloren, aber das macht eigentlich nichts, denn wir haben ja noch einen Pilz da in der Ecke. 1.500, nee, 15.000. Auch nicht schlecht. Was wird denn hier so viel mit Zahnrädern angetrieben? Kommen wir wieder zurück. Und dann haben wir hier Bullies an der Lava-Flu-Furt. Lava-Furt? Furt? Lava-Furt. Bullies an der Lava-Furt. Mhm. Okay. Ah. Äh, Moment. Ja, das hilft mir. Man, ich kenne dies freche Viech. Nee, hier komme ich nicht hoch. Äh, Moment. Ich bin gerade ein bisschen... Äh, verwundert. Was hier alles ist. Okay, ich warte mal eben ab. Äh, okay. Dachte ich mir so ähnlich. Halt. Äh, nee. Da drehe ich nochmal eine extra Runde. Haustor ab. Oh. Nein. Ihr se blöden. Ihr se blöden. Seien Schildkröte fliegen. Ihr müssen hier weg. Leider. Ja, ich hasse euch. Komm her, Bulli. So. Hau da mal ab. So. Puff. Weg ist er. So, du auch. Ich habe keinen Bock auf euch. Ihr setzt euch sowieso immer wieder zusammen. Nein. Ah, diesmal lief's gut. Ja, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft herrlich. So, Stern 1 haben wir schon mal. Was haben wir hier? Äh, Stern 2 oder 3 oder 4, was auch immer das ist. Okay. Das sagt mir aber eigentlich nicht viel. So. Äh, Moment. Hier ist ein Stempel. Den hole ich mir mal eben. Ah, und da sehe ich auch den nächsten Stern. Dann heißt, wir haben alles. Äh, Moment. So, was muss ich hier machen? Ach, komm. Geh runter. Ah, das... Mit Feuer, Mario, war das kein Problem. Okay. Ist sonst noch irgendwas hier? Nö. Ah, Checkpoint. Sehr schön. Und ich weiß auch, wo der letzte Stern ist. Fall runter. Komm. Danke. Ich hätte zwar lieber Katzen, Mario, aber was soll's. Hat das Ding sich jetzt gerade selbst kapo- gehauen? Nein. 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 Ich hab's gemerkt. Scheiße. Hat doch alles so gut gefunktioniert. Ja, die Feuerblume ist eher... Terz... Zier! Ah, naja. Sie hat mich zumindest jetzt groß gehalten. Oh. Da ist noch was. Eine Blume. Neh mich gerne an mich. Ah, Bullis. Ah, sehr schön. Das war jetzt auch keine Herausforderung. Bleibt ihr wohl hier? Jawoll! Genauso will ich das sehen, Mario. Oh, dann brauch ich nicht mehr in die Welt rein. Genauso und nicht anders. Ein Block. Oh. Das hat auch was Schönes. 185. Also wenn es noch... 3... 5? 5? Also hier könnte man wirklich 200 Sterne holen. Moment, das rechne ich doch mal nach. 15 Sterne fehlen mir noch. Ne, falsch. 3, 4... 3, 6, 9, 12... Okay, jetzt geht mir halt 200 Sterne. Warum macht man so eine krumme Zahl? Das verstehe ich nicht. Da haben wir einmal diesen Roller. Schüttel mal die Wii U Gamepad am Ende eines Levels. Warum? Kann ich ja machen. Aber was hat das... Was willst du mir damit sagen? Ein Bulli-Prinz schlägt zurück. Ja, das will ich sehen. Komm her. Wow! Du machst Feuer! Ah! Da kommst du raus. Da bist du. Na, bist du ja schon. So, wo hast du jetzt zurückgeschlagen? Ich kenne doch deine Taktik. Du kannst mir nichts anhaben. Ja, schön. Level beendet. Okay, ich schüttel das Gamepad, aber partiert nichts. Vielleicht ist das auch nur eine Verarsche. Oder die meinen ein anderes Level. So ein richtiges Level. Das ist ja mehr so ein Minispiel-Level. Oh! So eine Unterwasser-Welt. Das sieht interessant aus. So, wollen wir dich auch nochmal schlagen? Äh, die Karumpel-Bande schlägt zurück. Warum schlagen die denn alle zurück? Äh, ja, Moment. Moment! Die Lava-Dinger sind mir neu. Hahaha. Ich war jetzt gerade ein bisschen überfordert. Weil diese Lava-Dinger neu sind. Hau ab! Wow! Aua! Aua! Ich hab die da unten nicht... Ich brauch ne Eisblume. Ich hab hier im ganzen Marisch-Welt noch keine Eisblume gesehen. Kommst du woher? Aua! Aua! Was greift mich denn an? Ach, das... Auuuutsch! Ja, doof... Doofi-Strom muss man sein, ey. Hier. Ist doch klar, dass das nicht zieht. So. Ah! Feuer! Ah! Feuer! 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 Renn, Mario! 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 Hau ab! So. Jawoll! Ne, 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 ne. Ja. War wohl nix mit euer Rechen, ne? Obwohl, ihr habt es mir schwerer gemacht als der andere Kumpel. Der Prinz Willi war schon deutlich schwerer. Und auch hier haben wir das nächste Level freigespielt. Habe ich mich doch verzählt? Ne, doch nicht. Ich dachte gerade wegen den Sternen mit Tod, aber wir haben ja irgendwo noch einmal fünf Sterne. Das haut ja beim besten Willen nicht hin. Gut, dann sind wir mit dem, äh, den Leveln hier soweit fertig und ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Ich muss auch mein Gamepad aufladen, also das blinkt schon wie verrückt. Wird mir auch, denke ich, sonst gleich abstürzen. Und dann hätten wir alle nichts davon. Also, ich werde das Gamepad aufladen, mir in Ruhe erstmal jetzt alles, ähm, eine kleine Pause können. Und wir sehen uns im nächsten Part zurück, wenn wir uns die nächsten Level vornehmen, bevor wir dann endlich zu Bowser durchschlagen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen, hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns. Bis dahin!